Servus, hab ich deren Leut. Grüß Gott auf meinem Kanal, ich bin der Marcel und wir sind heute an meinem Homespot bei den Redneck Trails, die mag ich euch heute gerne mal vorstellen. Wir haben da ein paar ganz geile Lines gebaut, neue Holzkicker seit dem letzten Jahr und die Lines komplett neu aufbaut. Läuft ganz gut. Später gibt es noch ein ganz kleiner GoPro Clip von jeder Line. Schaut es euch mal an und wenn es euch daugt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke euch die Seiten von unserem Dirtpark mal in der Beschreibung, die Instaseiten. Schaut ihr vorbei, lasst ein Abo da. Auch unsere Redneck Trails, die sind für jedermann befahrbar. Wir haben so Tagesversicherungsscheine und die kann jeder unterschreiben und dann kann einfach fahren werden. Gibt es Tageskarten. Also wie gesagt, schaut gerne vorbei, wir haben Bock. So, Regina, ReggieRides auf Instagram, die zeigt uns jetzt mal schnell die kleine Line. Jo, let's go. Okay Reggie, let's go. So, erst mal die kleine Line. Let's go. So, dann haben wir da noch eine mittlere Line. Da kommt als erstes da so ein Table und dann kann man sich das aussuchen. Da sind dann links ein Drop. In der Mitte ist ein kleiner Boner und rechts ein kleiner Table, damit man gleich die dicken Dinger springen muss. Und unten ist dann nochmal ein Table mit Hackschnitzel-Landung. Ganz fresh. So, die mittlere Line, da ist da der Roll-In. Relativ massiver Roll-In für die kleine Line, aber geht schon. So, wie ich dir sagen, wir fangen mal mit dem Drop an. Let's go. So. Trapperig. Kickerig. Resi-Landung zum Schluss immer. Ich kann ein bisschen tricksen. Da haben wir noch so ein Quad mit links und rechts Resi-Landungen. Ich darf sagen, da machen wir jetzt mal einen Flair. Der haut hin. Flair. Ja, das läuft ganz gut. Ich glaube, wir versuchen jetzt mal einen Flip-Whip. Ja, das läuft ganz gut. Auf die Pedels. Ja, auf die Pedels. Wuhu. 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 Hey Simba. Alles klar was halt. Alles klar? Bis jetzt auf dem Video. Ja. Ja. Nice. Nice. Wuhu. 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 Musik 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 So Leute, Feierabend bei den Redneck Trails in Forstheim, Gute Session haben wir gehabt. Schaut auf jeden Fall am Insta-Profil von den Redneck Trails vorbei. Wenn ihr Bock habt, schaut mal selber persönlich vorbei zum Fahren. Wir haben Tagesversicherungen, geht klar einfach zum Fahren. Und vielen Dank an Michi, dass er mit der Drohne ein bisschen gefilmt hat heute. Mega geil, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo. Da hat mich mega gefreut. Aber deri!